Zähle auf dich. Ich brauche ein Stück Zuckerstange und dann eine Tüte mit grünem Zuckerguss. Ich spritze den auf den Cupcake und über die Zuckerstange. Ich will die komplett bedecken. Das heißt, mehr Zuckerguss, mehr. Man kann nie genug haben. Sieht gut aus. Jetzt zu den Schneeflocken. Ich lasse die kunstvoll auf das Törtchen fallen. Und hier kommt ein kleiner Stern hin. Was sagst du dazu? Das ist ein Weihnachtsbaum. Naja, wenn man nicht so genau hinschaut. Ach, hast du toll gemacht, Jared. Der wird besser schmecken, als er aussieht. Hoffe ich zumindest.